Ja, hallo, willkommen aus den kalten Hallen von Markhardt aus Festung Unterstein... Unterfestung? Keine Ahnung, irgendwie sowas. Wir reden noch mit dem Jarl, gucken, was der so hat. Aha, okay. Ich möchte gerne ein Haus kaufen. Ich kenne euch nicht und ich verkaufe die wenigen Gebäude, die wir haben, nicht an Fremden. Ja, du bist ja genauso freundlich wie dein Volk. Doch falls ihr arbeiten wollt und euch als verlässlich erweist, werde ich euch vielleicht als würdig erachten, hier zu leben. Das ist aber nett. Mein Vogt wird sich dann um den Rest kümmern. Mensch, dass er hier richtig entgegenkommt. Das brauchen wir eigentlich nicht sagen. Der Marktplatz wurde angegriffen. Meine Wachen haben mir davon berichtet, arme Margrit. Und Augenzeugen zufolge hat der Täter unsinniges Zeug gebrüllt. Er sei ein Abgeschworener. Ja, genau. Ich will eins klarstellen. Markhardt hat durchaus seine Probleme. Joa, das glaube ich. Aber es befinden sich keine Abgeschworenen in dieser Stadt. Naja, ich weiß ja nicht. Die stellen nur da, wo sie leben, eine Gefahr da. In den Hügeln und entlang der Straßen. Überall sonst üben wir die Kontrolle aus. Ich weiß ja nicht. Ähm, wie ist das denn? Du hast ja was von Arbeit erzählt. Seid ihr Söldner? Boah. Leute wie euch kann ich nicht leiden. Was? Keine Ehre, keine Loyalität. Unzuverlässig. Was? Aber einen potenziellen Verbündeten kann ich in Zeiten wie diesen nicht einfach so abweisen. Was ist das denn? Mal sehen, ob ihr besser seid als das übliche Söldnerpack. Ey, ich, ich hab... Meine Kundschaften haben einen Anführer der Abgeschworenen aufgespürt. Können greifen ausrasten, ne? Sie sind in ihren blutdurchdrängten Lagern versteckt. Kümmert euch darum. Okay. Ja, so soll es geschehen. Wir werden sehen. Ich, äh... Naja. Wenn... Passt du mal lieber auf, wenn du abends ins Bettchen gehst, ja? Dann, äh... Solltest du dich lieber mal umdrehen und unter deinem Bettchen gucken. Ein Biet mischen. Jaja, dann kommen sie auf einmal wieder... Achso, wir reden mal mit dem Haini hier. Aha, okay. Ihr da. Seid ihr auch so ein kaiserlicher Lakai? Los, antwortet! Dir schon mal gar nicht. Ich weiß nicht, worum es geht. Es herrscht Krieg. Und ihr wisst nicht, wovon ich rede? Nö. Das Kaiserreich ist dabei, alles zu zerstören, wofür Himmelsrand steht. Jarl Igmund soll sich nur weigern, mich zu empfangen. Die Silberblutfamilie wird dennoch gehörfühlen. Ja, ja. Ähm. Was kommt Talos? Warum sollte der Jarl denn auf euch hören? Uns gehört die Syden-Armine. Das beste Gefängnis in Himmelsrand. Ach, das ist echt das Gefängnis. Und Quelle der Hälfte des Wohlstands in dieser Stadt. Aha. Wir sorgen für die Sicherheit von Reach. Sicher. Wir überschwemmen Markhardt mit Reichtümern. Klar. Aber hört der Jarl uns zu, wenn wir mitreden wollen? Nein. Ja, weil ihr halt nicht die regierende Macht seid. Er übersieht dabei geflissentlich, dass Ulfric Sturmmantel diese Stadt vor dem Abgeschworenen rettete. Aha. Ulfric ist ein Held. Und kein verdammter Erbrecher. Das wird sich noch rausstellen, mein Freund. Und Ulfric hat Markhardt gerettet. Ne, das interessiert mich jetzt eigentlich nicht. Machst in meiner Stadt keinen. In deiner Stadt. Man könnte hier eigentlich wirklich nur durchrennen, ja. Und einen nach dem anderen enthaupten. Also das ist doch. Aha. Oder hier die Traugriche hierher locken, ja. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Irgendwie Knochen und lockt die hinter sich her so die ganze Zeit. Oh. Markhardt ist es, glaube ich, für mich persönlich momentan die schlimmste Stadt. Also in allen anderen Städten ging es noch so halbwegs. Aber hier ist es gerade echt, äh... Ich weiß nicht, ob da hier irgendwie an der Luft liegt, durch das Silbererz, wenn die das hier schmelzen, durch die Dämpfe. Ob die dadurch so einen besonderen Schaden bekommen haben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben die echt einen ganz besonderen Sockenschuss hier. Naja. Irgendworan muss es ja liegen. Hallo. Es ist toll, ein Lehrling zu sein. Ich darf mit dem Hammer auf Dinge schlagen. Du bist ein Lehrling in den Schmiedekünsten? Er ist aber ungewöhnlich ziemlich jung. Äh, mit dir rede ich lieber nicht. Ich gehe mal in den Tempel von Talos. Da ist ja dann doch dieser eine Typ gewesen, der so mysteriös scheinte, äh, scheinte, äh, scheinte, äh, wirkte. So, haben wir auch mal ein richtiges Wort gefunden hier. So, dann gucken wir doch einfach mal, was der wollte. Der hat ja irgendwie uns so komisch angequackelt und uns gleich schon diesen Zettel gegeben. Hier ist es duster. Ich brauche mal ein Schwerzücken, vorsichtshalber. Ah, okay. Ah, okay. Ähm. Gelügen? Wovon redet ihr denn? Ja. Die will ich auch. Die will jeder hier in der Stadt. Yay. Lass uns eine Gruppe aufmachen. Mein Mann läuft auf dem Markt amok. Jeder weiß, dass er ein Agent der Abgeschworenen ist. Ja, es gab auch. Die Waffen tun nichts. Nichts außer die Schweinerei hinterher zu beseitigen. Naja, es ist halt eine komische Stadt hier, ne? Ich würde einfach umziehen, glaube ich. Also ihr wollt, dass ich rausfinde, warum das alles passiert ist, oder wieso? Das geht schon seit Jahren so. Echt? So lange? Und ich habe nur Mord und Blut finden können. Mhm. Ich brauche Hilfe. Oh, okay. Bitte. Ihr findet heraus, warum diese Frau angegriffen wurde. Wer hinter Weilin und den Abgeschworenen steckt. Ja. Und ich bezahle euch für alle Informationen, die ihr mir bringt. Und das bringt dir dann was, außer dass du es weißt? Das ist irgendwie ein bisschen komisch gerade. Ähm. Wer war denn Weilin und wo hat er gelebt? Er gehörte zu den Hüttenarbeitern. Ich habe auch einmal dort gearbeitet und Silberwaren gegossen. Wow. Hört sich jetzt nicht so spannend an, ne? Ich habe mir viel über Weilin gewusst. Nur, dass er wie alle anderen Arbeiter in der Wohnkaserne lebt. Ah. Okay, das ist ja schon mal ein Anhaltspunkt. Ähm. Habt ihr denn diese Mordfälle bisher untersucht? Ja. Es begann, als ich noch ein Junge war. Was? So lange schon? Meinem Vater gehörte eine der Minen. Das ist selten für einen Nicht-Nord. Ach, ihr seid Nicht-Nord. Er wurde getötet. Die Wächter sagten, es sei ein Verrückter gewesen. Aber alle wussten, dass der Mörder einer der Abgeschworenen war. So lange tyrannisieren die euch hier schon? Heftig. Seither versuche ich herauszufinden, warum. Bislang erfolglos. Und dann habe ich geheiratet. Jetzt ist unser erstes Kind unterwegs. Ah, klar, dass du jetzt besorgt bist. Ich habe geschworen, dass ich um meines Kindeswillen einfach aufgeben würde. Aber es ist, als würde mich der Geist meines Vaters heimsuchen. Als fragte er mich, warum. Uh, spooky hört sich das ja an. Ähm. Wisst ihr denn irgendwas über diese Margret? Sie kommt nicht aus Markath. Ah, okay. Alles an ihr schrie förmlich Fremde. Aha. Besucher der Stadt übernachten für gewöhnlich im Gasthaus Silberblut. Und die nicht, oder wie? Hm, und wer sind eigentlich diese Abgeschworenen? Ich habe da schon so viel gehört. Sie sind das, was von den alten Herrschern von Markath noch übrig geblieben ist. Das waren aber die Zwerge. Einwohner von Reach. Anhänger der alten Tradition. Äh, hä. Die Nord haben sie aus der Stadt vertrieben. Ulfric Sturmmantel und seine Leute. Ach, die haben hier ursprünglich gelebt. Aber sie sind immer noch da. Und sie töten Leute. Hm. Na gut, ähm. Hört sich doch schon mal interessant an. Euch ist offenbar niemand gefolgt. Gut. Ja, das wäre sonst komisch gewesen, oder? Sonst hätten wir uns, glaube ich, nicht unterhalten. Der Tempel ist relativ litsch. Warum auch immer jetzt hier... Euch ist offenbar nicht gefolgt. Gut. Das wundert mich eigentlich, weil normalerweise ist ja die Anbetung von Talos verboten. Und ich... Also ich wäre jetzt der Meinung gewesen, dass man dann alle Statuen, alle Tempel von Talos dicht macht. Äh, warum man das jetzt nicht getan hat, ist jetzt auch wieder so eine... ...seltsame Angelegenheit. Ähm. Denn eigentlich hätte man ja dafür sorgen müssen, dass das irgendwie nicht mehr möglich ist mit dem Anbeten. Hm. Naja, alles... Alles sehr, sehr seltsam. Ja, ja. Ich öffne mal hier runter. Uah. Ups. Irgendwo ins Dunkel. Hier ist es aber mächtig, du es da gerade. Womit handelt ihr denn? Welch Farbenpracht. Ähm. Was habt ihr denn zu verkaufen? Ich habe wunderbaren Schmuck. Ach, Schmuck. Uh. Ich glaube, da habe ich auch irgendwas, was die verkaufen kann. Äh. Ja, genau. Diese Kette hier. Komm. Vorsicht. Das ist... Das ist ja doof hier. Das wechselt die ganze Zeit hin und her. Und ich muss aufpassen, dass es nicht... die falsche Kette verkaufe. Ich habe übrigens mal eine Frage zu dieser Margret. Bitte. Ich möchte darüber nicht reden. Dieses ganze Blut. Aha. Wenn ihr antworten wollt, fragt in der Taverne. Sie hat mir gesagt, sie wäre dort. Okay. Wer ist denn sie? Komm vorbei, falls sie einmal... Gut. Dann gehen wir doch mal in die Taverne und fragen da mal nach. Also wenn das so dieser... Die Fährte uns momentan da hinführt. Es kommt gerade wieder so dieser... Ähm. Sherlock Org in mir durch. Hm. So ein bisschen... Jetzt muss die Pfeife rausfallen wahrscheinlich. So Pfeife in den Mundwinkel hängen. Und so... Also ein bisschen komisch sprechen, weil ich über die Pfeife nicht rausfallen darf. Und so einen Mundwinkel immer so zusammenkneifen. Ähm. Hallo? Ihr solltet mit meinem Vater... Ja, ja. Ein Rewauch mit deinem Vater. Was ist das denn hier? Ich bin nur zum Trinken hier. Kennt ihr dann diesen Weilin? Ihr solltet wirklich mit Mulusch reden, wenn ihr ein Problem mit einem Arbeiter habt. Was? Ich hab kein Problem mit irgendeinem Arbeiter. Also gut. Ich bin schön, euch wiederzusehen, Freund. Könnt ihr mir was über diesen Weilin sagen? Den Abgeschworenen? Hm. Genau. Ja. Wir wussten es alle. Echt? Sogar dieser dumme Sklaventreiber Mulusch. Fragt ihn einfach. Okay. Noch ein ehrlicher Mann, der in diesem Wahnsinn sein Leben verloren hat. Und wofür? Äh. Das ist jetzt irgendwie alles sehr seltsam gerade. Wir reden gerade mal hier mit ihm. Das ist das Gast von Silber. Ähm. Hat sie denn eine Frau namens Margret gewohnt? Ach ja. Sie hat unser schönstes Zimmer einen ganzen Monat lang gemietet. Oh. Das ist natürlich teuer. Wir sollten sie lieber alle vergessen. In Markarth bringt es Pech, über die Toten zu reden. Ist das so, ja? Ja. Ist natürlich... Ist ja komisch. Beschaffe den Schlüssel. Mhm. Äh. Ne, mit ihm kann ich doch nicht weiter. Vielleicht mit der Frau? Hier steht sie, ja? Ne, ist der Sohn. Wo ist denn... Wo ist denn die Frau von ihm? Ähm... Das ist die Tochter, glaube ich? Im Gegensatz zu meinem Ehemann Klepper, kümmere ich mich um unsere Gäste. Mal, also hat denn da eine Frau namens Margret gewohnt? Ah ja. Sie hat unser schönstes... Kenne ich schon. Wir sollten sie lieber alle vergessen. Kenne ich auch schon. Die Markarth bringt es Pech, über die Toten zu reden. Ah, verdammt. Was ist mit ihr hier? Warum können die Männer in dieser Stadt mich nicht einfach in Ruhe lassen? Keine Ahnung. Weil es Männer sind wahrscheinlich. Ich bin das, was man gemeinhin einen Glücksritter nennt. Ähm... Das ist gerade ein bisschen doof alles. Ihr seid ein Kämpfer? Wie wär's mit einer kleinen Wette? Äh... Hat denn ein Freund namens Margret hier gewohnt? Oh ja. Hübsches, kleines Ding. Hatte hier ein Zimmer, glaube ich. Frag den Wirt. Nein, nein, hab ich schon gefragt. Aber er wollte mir den Schlüssel nicht geben. Ähm... Was für eine Wette ist das denn? Ich bin betrunken. Und es ist eine Weile her, dass ich einen guten Kampf halte. Ich wette 100 Septime, dass ich das Glück besiegen kann. Mit meinen bloßen Händen. Äh... Wette angenommen. Das nenne ich Kampfgeist. Dann mal hoch die Fäuste. Du hast keine Chance, Freund. Bevor du aufstehst, habe ich dich schon hier ordentlich massakriert. So. Und ordentlich drauf. Alle hier fleißig dabei. Alle freuen sich. So. Und schon hat er verloren. Na komm her. Gib mir dein Geld. Ja, ja, ja. Jetzt, äh... Gib mir das Geld. Also ihr habt verloren. Los, hör mit dem Geld. Dankeschön. Habe ich jetzt mein Geld gekriegt? Äh... Achso, jetzt könnte ich Hilfe von ihm verlangen. Will ich nicht, was ist mit ihr hier? Meine Tochter, Adara, wird einmal eine gute Säbe schütteln. Äh, ist das so? Ich kann nicht reden. Verdammt, wie komme ich jetzt da in das Zimmer? Ähm, ich mache mal die Quest an. Vielleicht hilft uns das ja dann ein bisschen. Genau, optional beschaffe den Schlüssel. Finde Hinweise über Wellen. Finde Hinweise... Also hier oben hat sie dann gewohnt. Experte. Ach, verdammt. Ja, ich will den... Vielleicht kann ich bei ihm das Zimmer mieten. Ähm, ich würde gerne ein Zimmer mieten. Ihr scherzt wohl. Ihr habt doch gerade erst ein Zimmer von mir gemietet. Ja, aber vielleicht möchte ich... Ach, verdammt. Ich habe... Hat es immer noch gemietet? Okay. Oh, wie soll ich denn den Schlüssel besorgen? Optional könnte ich von ihm wahrscheinlich von ihm klauen, aber... Das ist natürlich... Wie machen wir? Also wir könnten natürlich warten, bis die alle schlafen. Oh, jetzt ist es sicher. Ach, ich habe den Schlüssel. Ich habe den Schlüssel schon. Wir können natürlich jetzt alles nehmen, weil das gehört ja alles dieser Margret. Und da die nicht mehr lebt, braucht sie das nicht mehr. So, kann ich das Gold hier nicht mitnehmen? Ja, genau. Haben wir vielleicht irgendwelche Bücher oder sowas? Wäre vielleicht ganz clever, wenn ich mal das Licht anmache, oder? Hm, ich glaube auch. Ach so, äh, blub, 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 wo ist denn hier? Kerzenschein, genau. Da. Na, komm. Ach, ich stehe jetzt nicht so an hier. Ach, ich brauche Licht. Dann durchsuchen wir mal die Bude. Da oben ist was. Die mächtigste Wahrheit oder Legende. Aha. Ach so, die Nachtigallen. Ah, Wahrheit oder Legende. Ah, ja, die Nachtigallen. Hm. Auch ein seltsames Völkchen. Was haben wir denn hier in dem Beistelltischchen? Vielleicht ist da was drin, ne? Margreths Tagebuch. Uh, das hört sich interessant an. Dann lesen wir doch mal kurz ein bisschen quer. Äh, wenn die Schrift denn da weggeht, dann kann ich auch lesen. Also, was haben wir denn da? In der Schatzkammer findet, ja, geht das weg, findet heute ein Treffen statt. Hat lange genug gedauert. Diese Leute führen sich auf, als würde ihnen alles gehören. Es geht um die Silberblut-Familie garantiert. Tomar Silberblut ist der jüngere Bruder, aber er ist offenbar derjenige, der das Sagen hat. Hm, den Eindruck hatte ich auch. Er macht die ganzen Geschäfte und schüchtert die örtlichen Landbesitzer ein, damit sie an ihn verkaufen. Hm, naja, das habe ich mitgekriegt. Die eine Mine vor ein paar Tagen, als ich daran vorbeigegangen bin. Er hat sogar dieses dünne Mädchen an der Tür angeheuert, um störenfriede wie mich abzuschrecken. Äh, welches dünne Mädchen? General Tullius wird langsam ungeduldig, aber ich werde die Besitzurkunde der Sidna-Mine zurückbringen. General Tullius? Ist das einer von den Kaiserlichen vielleicht? Bei meinem Leben, ich werde nicht zulassen, dass einem Haufen von Sturmmantel-Sympathisanten das Gefängnis gehört. Ah, okay, dann ist er doch wirklich von den Kaiserlichen. Das die berüchtigsten Verbrecher von Reach beherbergt. Oh, die sind da alle drin, ja? Es heißt, niemand entkäme daraus. Wieso? Ist das wirklich so sicher? Hm, eigentlich kann man überall ausbrechen. Vielleicht war es etwas voreilig von mir, die Konfrontation mit Toma zu suchen. In jeder Ecke dieser Stadt lauern Schatten und ich weiß, dass ich beobachtet werde. Ah ja, ja, wurdest du auf jeden Fall. Definitiv. So, dann nehmen wir mal das Tagebuch an uns. Den Guss also in den Topf können wir da drin lassen. Das haben wir dann schon mal. Also, über sie haben wir schon was. Also, sie scheint ein Spion der kaiserlichen Armee gewesen zu sein. Ist auch irgendwie sonst ein bisschen komisch. Wie kann sich sonst die Dame, sei denn sie ist die Gattin eines reichen Händlers oder selbst reiche oder erfolgreiche Händlerin. Oh. Ihr. Ich habe beobachtet, wie ihr herumgeschnüffelt und Fragen gestellt habt. Äh, echt? Und jetzt? Verschwindet. Ihr wollt lieber nicht herausfinden, was wir hier mit stören, Frieden anstellen. Du wirst nicht herausfinden, was ich da mit dir mache. Ähm. Äh. Äh. Eigentlich bin ich ja geneigt, das hier zu machen. Ja. Ähm. Oder das hier. So nach dem Motto, was jetzt? Ich bin neugierig, was ihr da vorhabt mit mir. Aber, ne, ich glaube, ihr schmeißt mich einfach in den Knast. Na gut, ich möchte keine Schwierigkeiten machen. Ich gehe erstmal. Aber ihr seid auf der Suche danach. Das ist fast genauso schlimm. Echt? Dies ist unsere letzte Warnung, Fremdling. Nur wir sorgen hier für Frieden. Ja, ja. Mischt euch nicht in unsere Angelegenheiten ein. Ja, ja, ja. Ich habe das schon gesagt. Ich werde gehen. Irgendwo, der Sänger. Das ist natürlich jetzt ein bisschen brenzlig. Vor allem, wo soll ich denn jetzt hingehen? Was sagt denn die Karte hier, wo ich jetzt hin soll? Wollen wir hier. Ist einmal hier. Schatzkammer. Da soll ich hin. Oder hier hin. In die Wohnkaserne. Dann gehen wir doch mal in die Wohnkaserne. Die ist hier rum. Und mal Licht an. Ich hoffe, jetzt ist es nun keiner als Provokation. Die Veränderung verbessert. Sehr schön. Das war ja auch kurz vorm Aufnimmeln. Ich hoffe natürlich jetzt nicht, dass... Ah, wir schnüffeln ja eigentlich weiter rum. Das ist eigentlich ungut, möchte ich mal sagen. Oh, 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 oh. Ah, Mensch, das kann was werden. Wer weiß, also wenn er jetzt schon die letzte Warnung... Ich glaube, es wird dann wirklich darin enden, ...dass wir im Gefängnis landen, denn... Ich hoffe nicht, dass ihr Ärger sucht. Was kann ich für euch tun? Ähm, ja, lass noch mal kurz quatschen. Die Wohnkaserne ist kein Ort für Leute wie euch. Ähm, schleichen. Ähm, was ist denn diese Wohnkaserne? Dahin zieht man, wenn man sich nirgendwo sonst ein Zimmer leisten kann. Ah, gut, das hatte ich mir gedacht. Ungefähr zu der Zeit, als die Minen geöffnet wurden, ...kam jemand auf die Idee, da ein paar Becken reinzustellen. Na, nett. Arbeiter, die Kranken, die Lahmen, wir sind alle hier. Na, super, das Edelendsviertel praktisch. Äh, hier wohnen nur die Armen und die Kranken. Das kann man wohl sagen. Willkommen in Markath. Den Göttern sei Dank, dass ihr nicht hier leben müsst. Naja, das stimmt. Also ich bin wirklich, glaube ich, dankbar dafür. Ähm, kennt ihr denn diesen Vaylin? Oh ja, ich kenne jeden, der in der Wohnkaserne übernachtet. Ah. Man könnte sagen, ich bin hier für die Schlüssel verantwortlich. Ich schätze, jemand anderes wird sich nun sein Zimmer nehmen. Naja, vielleicht habe ich Interesse. Also ich brauche nämlich den Schlüssel dazu. Tut mir leid, aber ihr habt hier nichts verloren. Das ist jetzt aber nicht nett. Es ist wichtig, glaubt mir. Vertrauen findet man hier ziemlich selten. Aber nun gut. Das ist aber nett. Also wir sehen, ähm, redegewandt sind wir auf jeden Fall. Ähm, übrigens, ich würde gerne was im Schleichen lernen. Ich kann euch das ein oder andere erzählen, aber wenn ihr antwortet, habt ihr das nicht von mir verstanden? Natürlich nicht. Ich habe das einfach so von mir aus gelernt. Äh, das ist natürlich ziemlich teuer bei dem Typen. Ah, egal. Wir machen das einfach mal. Geld ist sowieso nicht alles. Und, äh, immerhin brauche ich die Schleichenfertigkeit. Die ist schon echt wichtig. So, wir gucken uns mal um. Ich habe jetzt ja auf jeden Fall hier den Schlüssel zu seinem, zu seinem Bereich. Ich sage, ich brauche mal Licht. Äh, ja. Achso, er fängt gleich an zu stottern, nur weil ich das Schwärz hier hinziehe. Zu Omlogs, nee. Irgendwo wählen. Tür zu, nee. Hier wohnt auch jemand? Ach, du Scheiße. Kann auch keiner lieben, ey. Echt heftig, ne? Es ist total zerstört. Ähm, runtergekommen und... Hier lässt man einfach Leute wohnen. Wer bist du denn? Wollt nicht hier sein. Das will niemand. Naja, das glaube ich. Ich kenne hier keinen, der nicht an Rüttelfieber oder Ataxie leitet. Oh, du bist krank? Dann, äh, weiche von mir. Das ist auch nicht das. The Gains? Irgendwie sowas stand da. Hm. Was haben wir hier? Wehlen ins Zimmer. Okay, das ist schon mal Wehlen ins Zimmer. Ich gucke trotzdem erstmal noch in die restlichen Ecken. Weil hier liegen... Ja, hier liegen sogar Überreste von irgendwelchen Menschen oder menschenähnlichen Kreaturen. Können wir mal nachher nicht sagen. So, dann gucken wir doch mal rein. Weil hier vielleicht... Ach, das Licht schon wieder aussieht. Das wird vielleicht doch eine Fackel mehr irgendwie mal organisieren. Am Anfang dachte ich auch zum Beispiel, hey Mensch, man könnte vielleicht diese Laternen benutzen als Lichtquelle. Hm, leider ist dem nicht so. Und ich habe jetzt die leise Befürchtung, dass wenn ich hier irgendwas mache... Oh, was ist das denn? Ah, nur eine ganz normale Spitzhacke. Okay. Dass ich hier nicht jetzt irgendwas mache. Hm, wahrscheinlich gleich die Wachen eingeraten kommen. Oh, was sind das? Schlüssel zu Valens. Toll, Schlüssel zu Valens Zimmer. Den habe ich schon bekommen. Aber ich nehme ihn trotzdem mit. Einfach der Vollständigkeit halber. So, Valens Notiz. Was hat er denn da drin stehen? Valen, ihr seid auserkoren worden, die Herzen der Nord mit Furcht zu erfüllen. Oh. Geht morgen auf den Markt. Ihr werdet schon wissen, was zu tun ist. Aha. Das hört sich jetzt nach purer Willkür an, dass die dann sterben musste. Ähm. Ja, okay. Auf jeden Fall dann normale Klamotten. Gucken wir nochmal raus. Ich glaube, bisher sieht alles gut aus. Keine Wachen oder so. Man hat es, glaube ich, noch nicht mitbekommen. Obwohl, ich frage mich auch, wie die das vorher mitbekommen haben wollen, als dass wir da rumgeschnüffelt haben. Gut, wir waren in dem Haus drin. Ah. Ich hoffe, das geht jetzt gut und wir bleiben unentdeckt hier. Ähm. Aber irgendwie, diese Silberblutfamilie, die haben extrem viel Einfluss. Oh, oh. Da kommt wer. Da kommt wer. Geh weg. Ihr steckt eure Nase in Dinge, die euch nicht... Los geht's. Äh, was? Los. Zeigt mir, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Was? Der kämpft jetzt gegen mich? Ähm. Warum muss ich denn... Warum muss ich ihn verhauen? Warum muss ich ihn verhauen? Warum prügelt er sich mit mir? Warum sind meine Waffen... So, hier, komm mal her. Jetzt reden wir erst mal. Was? Was willst du denn von mir? Sprecht oder ich schicke euch zu den Göttern. Aha. So ist das also. Und weiter? Na gut. Dann, äh, werden wir uns doch mal um Nepos die Nase kümmern, ne? Hat er uns sogar schon hier einen Attentäter auf den Leib geschickt. Oder auf den Hals geschickt, ja? So, auf uns angesetzt. Ja. Ja, ich glaub auch. Naja, egal. So, wir werden hier erst mal ein kleines Päuschen einlegen. Dann sehen wir uns morgen wieder und dann kümmern wir uns um Nepos die Nase. Also ich hab jetzt, wenn ich da immer höre, Nepos die Nase. Ich hab jetzt wirklich so einen Typen in meinem Kopf so vor Augen, ja? Der eine riesige Nase hat. So einen riesigen Mörderzinken, ja? Weshalb man ihn dann Nepos die Nase nennt. Oder er hat einfach nur einen mega guten Geruch. Dann ich bin eher für die erste Revision mit der Riesennase. Wir gucken dann einfach mal, wie er wirklich morgen aussieht. In diesem Sinne dann. Bis morgen. Euer Mr. Zogger. Ich bin eher für die Nase. 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 Vielen Dank.